Hier sind überall Störgeräusche. Das ist eine richtig beschissene und windige Nacht. Ach du Scheiße. Wieso ist das eine Platze? Äh... Wie läuft hier Wasser rein? Wie man läuft Wasser rein, wo wir schlafen? Wieso? Guten Morgen. Wir sind wach. Das ist ein sehr, sehr komischer Schlafplatz hier. Es war die ganze Zeit total laut und windig. Das war so richtig windig. Dann konnten wir halbe Nacht überhaupt gar nicht schlafen. Man musste so ein bisschen Schlaf nachholen, weil es die ganze Zeit so richtig laut war. So, hier vorne war mein Schlafplatz. Und hier vorne war das Schlafplatz von Herrn Goldmann. Und über Nacht ist hier eine Pfütze entstanden, weil das hat ja draußen geregnet. Also das ist von da drüben nach hier hin geflossen. Und das hat ihn ein bisschen nass gemacht. Das war lustig. Da musste er seinen Schlafplatz wechseln und hat sich hier hingelegt. Herr Goldmann macht gerade einen Spaziergang. So, ich wollte noch ein paar Minuten länger schlafen.